Ohne Witz. Nein, gut, deswegen hat sich das gegen gelohnt. Warte, ich mach das, ich mach das. Nur für euch? Du hast mich nicht beschützt, glaube ich, ich bin enttäuscht. Oh, die... Weißt du, kennst du hier Winkelberechnung und so? Das hat nichts mit mir zu tun, aber ich wollte irgendeinen Grund suchen. Ich war gerade mit in einem Kampf und wusste nicht, was ich sagen soll. Ich merke schon. Bonus round? Was? Hä? What the fuck? Boah, achso, das ist hier Lesmen standing jetzt. Nein, ich Idiot! Nee, Jammingo, Flamingo. Okay. Nope! Oh, what the fuck, Alter. Haha! Haha! Oh mein Gott! Was ist die Tür? Oh mein Gott! Geil! Haha! Home run, würde ich sagen! Ich komm gleich wieder, ich mach mal kurz ein Fenster zu! Was ist das angeboren, Manu? Ja! Wir sind hier auch schon direkt ein bisschen stärker. Ich kann mir nicht mehr runter. Und jetzt bitte den Sprung nicht verkacken. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Fuck you! Sehr gut. Ist er noch da oder ist er jetzt weggeflogen? Oh, Alter. So, was haben wir denn hier Schönes? Eine Truhe. Das zum Thema. Es gibt Schätze hier in den Spielen. Selbst die Ton wollen ein anderes Lea. Boah. Ah, ich komm gleich. Auto-Balance gleich Arsch, Alter. Bleib da, 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 bleib da. Bleib da, bleib da. Ich hier oder was? Nein. Ich bin gerade jemanden hinterher. Ich bin mit Flyman hinterher gelaufen. Mit Messer. Und ich denke die ganze Zeit her, was will er denn? Holy moly. Da haben wir auch schon einen. Der ist da links lang gelaufen. Das war daneben, das war daneben. Das war wieder daneben. Na komm hoch. Komm. Scheiße. Oh lol. Na? Ernsthaft, Kollege. Really? Na. Na. Mama Mia. Here we go again. Welche Taste war das, das war eh. Rollt euch. Rollt euch. Ich hab da mal ein Brötchen da gelassen. Eine Bumm-Semmel. Oh Gott. So, mach dich Unsichtbär. Unsichtbär. Ich bin der Unsichtbär. Ich bin der Hubschraubär. Oh hell no! Unsichtbär, oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich hab nichts mehr gesehen. Ich hab einfach nur drauf geballert. Ich hab Doppelkill. Ja. Oh, Fail. Hat er mich gesehen? Ja, hat er. Oh, den wollte ich nicht. Immer dieser unbekannte Wichser. Oh mein Gott, hab ich mich erschrocken, Alter. Ja. Die wollen mich doch eh handen. Ja. Ja. Sehr schön. Ja. Oh lol. Haha. Ja, gesehen. Ich find das so lästig, wie lange man da auf dem Boden gucken muss, ne? HALFYM. Oh, den wurd. BAM! AIMBOT! Definitiv! AIMBOT! Jeder hat's gesehen. Mhh.